Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja was eigentlich? Unten in der Ecke seht ihr Minecraft 1.4.7 Vielleicht wissen manche schon was das zu bedeuten hat, vor allem weil da unten 78 Mods loaded steht Ja und zwar tocken wir Tocken? Tocken wir Take It Light genau Nein wir zocken Take It Light Weil wir dachten das normale Minecraft ist einfach zu langweilig Das macht jeder dritte Und ja dann haben wir uns reingesetzt und Machen jetzt Take It Light, das machen so auch einige aber ist bestimmt interessanter als Minecraft normal, deswegen wird Minecraft normal jetzt auch abgebrochen So und wir springen gleich in den Silver Rain Ich muss mein Handy mal kurz wegbeführen, oder? Ein Atom-Handy So wir sind gar nicht so geil gespawnt Also gar nicht so schlecht Ja eigentlich schon, weil da hinten ist recht gut geworden Ich muss meine Sounds mal gerade drunterdrehen, das ist sonst gar nicht so lustig Back to game Man wird dann schon ein neues Mikro, ich muss kosmografen und seinstellen Friedrich Molz ist wichtig So stelle ich mal gerade ein bisschen einheben Öl, das ist connect Das ist ganz lustig So jetzt aber Video-Settings Diese Autorun-Taste ist extremst praktisch Ich weiß nicht, welcher man das macht, aber ich kenne den irgendwo her So es läuft halt ganz flüssig, aber Grafik mache ich auch fancy Fancy? Wir haben eigentlich gar nicht so wenig Fraps, das ganz viele Mods sind Ich bin großartig auf dem Ich bin großartig, aber ich bin großartig, aber ich bin großartig, also was ich noch Oh, das ist überhaupt Was ich noch zum Mikro sagen wollte, das hat das kostet 3 Euro nur und dafür ist er echt ein Supermikro finde ich also da ist aber die Qualität ist nicht geschlecht kann man sagen muss kurz ein bisschen sortieren hier und dafür dass man hat ja was muss man regnet eine Holzspielzeuge Schauer keine Musik hier reingelegt das ist ganz so lustig wo ganz so lustig der Musik anlegen muss so entscheiden das weiß ich nicht wir sind natürlich für diesen sie könnt ihr erst mal scheiden ich glaube dass man die Woche den Part noch hoch dann reicht es für eine Woche dann könnt ihr unterschreiben was ihr da ob ihr da Mucke wollt also manche die Verlösser ist sehr gut angekommen mit der Mucke und die Mucke dann könnt ihr einfach drunter schreiben ob er dann da so lustig findet so ich um erklärt euch mal das Prinzip ein bisschen von TechEd und zwar handelt es sich darum ein Modpack was 78 Mots beinhaltet mit dem man wie man eben schon gesehen hat vielleicht im Startbildschirm wie zum Beispiel Computer Craft, Rail Craft die wichtigsten sind natürlich die du jetzt vergessen das Industrial Craft Industrial Craft, Red Power zum Beispiel mit Industrial Craft kann man sich Atom da also Energie muss man da gewinnen da kannst du elektrische Öfen mitmachen Energie kannst du durch Solarzellen, Wassermühlen oder Minzmühlen oder Atomenergie kannst du auch machen natürlich das aber natürlich auch Öl herstellen Öl herstellen Öl herstellen Öl herstellen dann Energie gewinnt als mit einem Dieselmotor Otto 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 und ich auch einfach durfte ich die Gegend ich schlag auch mal welche Bäume tot ich wollte sagen ich mache den Stücken Schopi zacken denn Axt mein ich ja ne was sehr genau dann macht man die manche zur Pizze mache ich er ich mache stein schon ja dann mach mal in Axt Stein Axt ich wollte auch zu viel Hunger eigentlich da liegt irgendwo ne Axt aus Scheine ein gedöhnt irgendwo da irgendwo hingeliebt da oben hochschuldigung die pvp sein die ja ach hatte diesen einen Motto drin oder was welchen hat unten Abbaus dann geht er kaputt alles da das kann gut sein es ist aber die Gummibäume noch nicht oder so führen machte mir gleich die Blätter alle bei mir kaputt ja das ist die Kürze der Sperr und ich baue direkt schon mal ein Schildschirm Rennig schon mal zum Gummibäume wir können dann haben wir direkt Gummibäume und wir müssen auch eigentlich so früh wie möglich in die Höhle ja wir haben gleich so eine Ritze Baum fällt muss sich bewegen du hässlicher also eigentlich ist die Kürze zu tun das heißt es ist eigentlich auch nur für die Realistik ein bisschen zu sprechen da ne eigentlich schon du brauchst auch nicht den Baum von oben bis von unten nach unten ab nach Hause und unten und jetzt den Baum trägst du kein Gummi bei dir da Möhrer Wuster da haben wir noch einen ganz viel nur du möchtest kannst du die Gummibäume hier schon mal fällen können die Sitzlinge mitnehmen die Blätter als Jürgen ins Land sie sind auch immer was sie können hat man den Feld ja da kommen die Blätter runter da kommen da Sitzlinge ein haben und dann müssen wir den und da wo die Brüder hinbauen wollen dann müssen wir nennen ist es gut und der Gummiraus mit dem Kabel und Batterie und so was machen Nö versuchts sind ja wichtig das ist einbekommen dieses Brennholz da müssen auch diese komischen Bäume da weisse uns auch drum kümmern Brennholz komische Bäume ja diese großen wo auch Spinnen drin sind und so Spinnen drin sind Bäume ich denke ich bin hier der Noob ja eigentlich schon aber was das heißt und unsere alten Bäume daran kann man Energie gewinnen die kann nicht Kraften das Holz ach so Kraft ach du meinst das Great Wood oder wie das Zeug ja richtig richtig hatten wir doch mal gehabt aber verkraften kann man das aber was da was hier ist noch mehr Kupfer und Eisen perfekt ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben ob ich ein Texturepick nehmen soll ich weiß aber nicht ob das dann laggt ich wäre für Sparks weil das unterstützt natürlich auch all die Mods jetzt Mises oder so unterstützt das nicht Faithful ist auch noch das kann ich dir empfehlen du magst so Standardtexturen das ist nur HD mäßig ja ja Faithful unterstützt das auch alles hier oder? Jo ich glaube nicht alles aber fast alles sag mal unser Haus aber da müsste doch Redcraft theoretisch gesehen auch alles hier so Redcraft weiß ich nicht aber das ist recht nicht in sie wahrscheinlich fest wie es noch mehr Eisen in Glücksbrüche erlöst die Idee die Idee die Lustig die Idee die Idee hier ist noch ein so ein Wutbaum was sind ein Gummibau wichtig im Urschloch auch auch um die Welt in Spalte sagt dann merkt immer ab ich mache es gleich er ist schon mal um den Stamm rum die Blätter bitte bis nach oben hinwegschlagen um nur mit Stamm rum vier rein da kann ich da ja mach du dich wieder zu doof hier da hast du noch mehr Kupfer den muss ich gleich holen guckst du sonst kann fällt noch ein paar andere Bäume oder sowas ja ich bereit schon mal unseren Lebensplatz vor bereit ich will es aber hier auch so bauen weil ich mag oder ich gehe mal auf die Suche muss man sich in sich durch Stütter schwein die Bonkoui mit dem Schaub ein Kreis und kriegt dafür Prozent er kommt schnell auch klar im Karstuch in den Baum also es wird auch ein bisschen dauernd ist der Kitz richtig losgehen kann also wenn man sich das nicht schon hier anfangen Gummisch heißen den Gräte Baum was er schon gelaut haben und den Kopf aus dem Kupfer Boy Zimt auch auf jeden Fall noch vieles mehr jetzt sind sie immer weiter und die man das die Blätter zu wissen eine gewollt mehr als Schicksal muss auch passen und geben auf die Erwanderung die Anpflanzen so ich guck gerade mal so Rönden Berg-Urger über die Schweine das Wort ist das ich muss sagen sie kann sich gleich mal als Karsus ein Bild die Kürtel das ist kein Max beschädigt der Mensch hat angegriffen und ich steile uns zu diskutieren die Sonnenblumen wir trägsten um die Nase die Nase Bär und die Magenbäne ja die Trägerung dieser Komische ich mache den Baum selber kaputt von oben so ich will und man von ihm sind direkt mit das ist ein Unterfällen gut und das geht ja auch mit dachs an die Schweine einschlagten die Tod also nicht an die Begründung sind nur für Bäume gedacht immer mal schein versteckt sich jetzt da so einen Busch da Buschwein hat immer schlecht die Buschwein Kofu Mann in Formel ob es ist mein Lieblingsmonster sind Zombies noch ein paar Nächsten ja die kann man so schön aus der Ferne so erheblich mal ab dann dann zum Beispiel ist Kuhl und Kupfer und Eisen ist hier und vorweg so auch zu dreckiger in dem Ort der Schleimler ist immer was ich nicht gesehen habe und so wird sich direkt Hunger vergiftet mit Regie um wo ist das was alles von sich auf den Baum drauf wird der Fakt ist das was von Zombies gegen Menschen ist ja ein mit ihrem Fleischort doch auch das immer mehr uns erschrocken das ist ein Appel der Kriegsverlager ich mag auch ich mag sagen die Aufruf ein Kriegst wir sind ganz zu teuer man hat keine Sache von Aufruf und ein solches hochkommen das ist überhaupt weiß ich nicht mehr meinen das wichtigste was machen ganz wir sind kurzer Tempel das muss dauern das ein paar Portal irgendwie er ist durch ein Treibungsportal nach doch im Zweifel vor sich ist ganz bewusst ich glaube ich geheilter der Maire am Wegpunkt drück man sie dann auch mal ein Wegpunkt hin ich muss keine Kontrolle zu machen Kontrollen die Versteuerung der Poste nach der Schlecht diese Hochschule noch das um um 10 umgekehrt wurden aber ganz gut nachfragt den feilen drin wo es wieder erledigt aber werden ich bin eigentlich nicht gut und nicht aber das ist doch nicht so ja ich habe es zu geben es ist es ist ein Portal glaube ich so ist ein Berg an Bauer Schuss in ihrem Geist in den Berg in der Kassel meisten Platz für die Maschinen und alles manchmal machen da machen du weißt nicht immer schocken haben das schon welche von ist schön und aber komm du erst mal zu mir flächen so zu können wir müssen mal von mir gerade mal ein paar 10 ja ich komme in so gut das ist mit dem ich der Fall war das die ist ein komischer Weidemann vorbeigefahren Weidemann Schleuchwerbung und immer Weidemann Kinder zwei Pferde kommt eine Weide-Mann der ist dann da so was macht Kinder herkauft immer bei Weidemann nicht so viel Werbung kriegen wollen wir nicht du bist denn du ich bin Komma Sporn Sporn ja wie finde ich den neben mir und sind denn die Gäste sind sie gut in dem Leben gesetzt ist ab Scheiße aber der Schluchten Mann und ich bin da schon leichter Sporn unter mir ich bin da wo sind so ein Robert Ries alle zwei Stimmen und um mehr die Sorte und wenigstens von Sporn und links unten du bist du noch nicht also lieber das Leben es ist dunkel kommen wenn die Hülle ist ausgeleuchtet schon er ist in dem Dorf ich will die Gruppe auf Fakt auf der Fakt die Kett vorstellt weiter schweißer da aber dass wir erschrocken haben nicht so gut gehört das ist unnormal diesen diesen gleich was die Leiter Ruhmeln lassen sich in Ruhe der Sonnein ist immer erschrocken als Zombie als es macht man muss jetzt nicht mehr lange mit die Zolli könnten jetzt killen so wie du berührst mich du dreckiger es wiederbekommen komm die geht auch du bleib die überhaupt aber ich tippe ziemlich einfach nur ich habe keine Lust mehr und ich habe kein Hunger mehr ich werde es nicht mehr ich sehe nicht wo du bist hier ist auch dieser Mabel und so weiter ja so relativ weit unten geht da ist sie dann fackeln auch mit sich wollte ich verlinke ich habe die besten die mehr ich bin auch verlinkeiert uns halt die käme darunter laut wird sie mir so wir haben zweiter Herz und ich habe jetzt zwei mal kohlen hier ich höre ich höre die märz er in der märz die fliege die Lernwäsche und die ich mein Buch nicht an was der Lernkung aber für uns so ein bisschen Verteidigung weißt du was hat denn ich sehe Oran Oh nein Ah ne das ist Cypho Craft Nein das ist das ist ähm auch wie heißt es Red Power das ist Rubine damit kann man sich gute Sachen craften Rubine Da brauchst du aber Eisenspitz Lass hier eine kleine Base errichten Ja dann lass mal wenn sie der Tach ist dann da hochgehen Lass aber hier unten eine Basis machen Lass mal gerade hier hoch so Wir müssen nämlich meinen noch ganz viel Aber wir würden erstmal sagen dass wir auch oben erstmal das Haus anfangen weil Mein Haus ist unwichtig Ja aber noch brauchen wir nicht so viel von der KG Klar Ich würde sagen das war's für die erste Folge Wir sehen uns dann später wieder Ich hab dir jetzt abgewürgt ich weiß Bis gleich